Hey und herzlich willkommen zur ersten Folge von Fight3. Heute mit dabei ist der Gamma12 aka Bauer. Yo, servus. Und bist du sehr aufgeregt und ich hoffe es wird was. Ja, wir sind echt übel aufgeregt. Ich habe jetzt richtig Bock. Lass einfach losrennen, so nach hinten, in die Richtung wo wir ausgemacht haben und dann einfach nicht direkt den ersten Baum, sondern so ein bisschen, ganz bisschen durchrennen. Damit die ersten, also wenn da welche sind, dass die uns nicht direkt sehen. Perfekt, ja. Ehe zu den Start. Dann direkt auf Steinschwert. Ja, wir müssen auch aufpassen wegen Tieren. Lass erst ein Schwert holen und dann direkt essen. Ja. Also zwar sind die von uns, lass dich hier nach rechts, links sind direkt welche. Die wollen. Ja, genau wie die kommt. Die Wasser war ja noch links gehen. Dass das rechts und keine. Ja, eben meine ich ja. Ja. Okay, jetzt nicht so viele Sprinten. Aber links von uns sind viele. Also sind es ein zweier Team. Ja. Lass hier doch ein bisschen laufen. Ich habe keinen Bock, dass wir direkt aufbauen. Ja. Okay, dass sie hier aufbauen. Ey, das sind richtig geile Bäume. Wirklich. Ja. Wer will craften? Du? Mach du die Werkbank. Schau mal. Okay. Ich baue weiter ab. Boah, ich kann nicht mehr craften. Schau. Ich bin zu aufgeregt wieder. Haha. Ich droppe dir auch ein bisschen Holz. Okay. Aber du bist früh schon. Ich mache kurz eine Spitzhacke. Ich droppe dir hier noch eine Axt, bau du schon mal ein bisschen Holz ab. Ja. Weil Holz ist richtig wichtig. Du willst echt da bleiben? Okay. Ja, ich baue noch kurz Stein ab, damit wir direkt Steinschwerde haben. Ja. Also ich habe schon... Und eine Steinpeckel. Steinsch... Ah, also Holzschwert habe ich schon. Als wenn wir kommen. Okay, perfekt. Shit, ich habe keins gemacht. Ja. Warte, drei. Und vier. Sieben. Okay, warte mal. Kommen wir mal kurz zu dir. Wo bist du? Oh, nur der Ehrlichsten. So. Ich halt einfach ausschaue, weil mehr kann ich gerade eh nicht tun. Perfekt. Ich glaube, wenn wer kommt, dann passt. Ich habe kein Holz. Warte, ich kann dir was geben. Gib einfach die Hälfte daher. Ich hoffe, es kommt. Danke. Ich gebe dir mal die Gider. Dann kann ich dir hier noch dabei geben. Kann ich selber noch. Und ich habe direkt den Ofen. Perfekt. Perfekt. Alles was man braucht. Ja. Lass dann dahinter laufen und auf Tiere gehen. Hier ist Sand. Vielleicht ist es auch super war. Das wäre perfekt. Die Schafe. Das wäre richtig perfekt. Hier sind Schafe. Okay. Die droppen. Äh. 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 Mhm. Weil eigentlich droppen die ja in 1-7 nichts. Boah. Die Bäume sind ja echt richtig gut. Ja. Wirklich. Es schaut fast wie so ein Märchenwald aus. Achtung. Wir können uns auch gegenseitig schlagen. Stimmt. Dann könnten wir uns speeden und so auch. Da hinten ist wieder Sand. Und hier ist auch eine Kuh. So. Scheiße. Ist nah. Oh ja. Da siehst du die ganze Zeit über Spüler. Aber kann ich sagen. Wir können theoretisch auch. Äh. Direkt mit Holz bebraten. Stimmt ja. Bis jetzt finde ich es interessant. Es ist nur full. Zucker war. Freistück. Wirklich geil. Yeah. Hier ist so eine freie Fläche. Das ist nicht so gut. Wie ist denn du hin? Oder? Nee. Weil ich nehme noch bisschen Sand nicht. Für Zuckerrohr anbauen. Während wir farmen. Ja. Muss man das auf Sand anziehen? Nee. Erde geht auch. Okay. Aber. Ja. Ich werfe automatisch irgendwie immer meine Erde weg. Okay. Bevor wir dann das nicht anbauen können. Mhm. Da hast du ganz viele Kühe. Lass die noch mit. Und dann mal braten. Gott sei Dank findet man ziemlich viele Tiere. Ja. Ja. Hier gibt es echt viele. Jetzt sind noch mehr. Da. Riecht die Zuckerrohr. Perfekt. Links ist auch nochmal. Aber ich weiß nicht ob wir da gehen sollen. Mhm. Kennst du schon oder? Jetzt wird es halt langsam. Ja links sind halt welche. Hier geh mal rohes essen gell. Ja. Full is full. Okay. Ich hab vier Zuckerrohr. Ich hab noch gar keinen. Bühne auch mit dem. Für Federn. Ja. Hä ist noch gar keiner gestorben oder? Doch ganz am Anfang. Der Zombie spielt. Der hat einen Killed oder ist gestorben. Bin mir nicht sicher. Oder der Zombie zackt. Okay. Ja lass es dann braten. Adi. Ja. Wollen wir dann eigentlich schon in der Höhle eine oder? Äh ja. Ich weiß nicht. Wollen wir noch ein bisschen auf die Seite rennen? Oder wollen wir hier bleiben? Bisschen weiter kennt man schon Rennen wenn du willst. Ja ich weiß nicht wie weit das noch geht. Ich hab 41 Fleisch. Das reicht das nicht. Ja mehr als ihr 17. Aber es reicht eigentlich auch. Da ist Zuckerrohr. Ja perfekt. Dann haben wir schon mal zwei Bücher save. Ja. Da brennt ein Wald da drüben. Hier noch das Fein Fleisch. Da oben ist eine Insel. Da ist doch Lut. Hä das geht da hin. Wollen wir da hin? Ja. Ich weiß nicht. Angeblich sind da cool Items. Aber vielleicht. Oha direkt in der ersten Folge. Wahrscheinlich. Ach da ist eine Insel. Warte wir dürfen uns nicht verlieren. Ich hab das schon verlangt. Am Slash SC kann man glaube ich nicht. Die Karts? Ja. Kann man eigentlich ein Scarboard anzeigen? Ähm. Das weiß ich jetzt nicht. Ja okay. Schauen wir dann. Ups. Da sind noch Schweine. Und da oben ist echt die fliegende Insel. Ich seh die gerade noch nicht einmal. Ja ich hab meine Ränderriss ab. Die ist direkt über uns. Oh ist so weit oben. Ach so. Siehst du die nicht? Ach Alter. Die fix. So weit auf ich? Ist echt sauber. Oida. Wollen wir da echt noch? Ich weiß nicht. So viele Blöcke haben wir gar nicht. Na lass noch nicht. Na. Aber lass halt hier in der Nähe. In der Höhle. Ja stimmt. Ja aber. Wenn andere das halt sehen. Wir sind direkt an der Bau. Du hast die Bau da schon? Achtung. Nicht sterben. Holy shit. Boah ey das Schwede. Na. Ja okay. Da kennt man aber auch igen. Eigentlich. Ja. Das Problem ist halt wenn andere die Insel. Daher gehen. Und auch. Warum hin? Geil kommt alles so von hinten. Und bringt uns einfach rum. Ja. Kohle ist einmal wichtig. Ich fahr mal weiter runter. Ja. Ich stell mal hier den Ofen her. Ja. So hier. Fleisch rein. Dann mach ich mir noch ne Steinachs. Okay. Und ich hol mir noch bisschen Holz. Weil nicht das wir dann farmen und dann kein Holz haben. Hm. Stimmt. So verholt so bin ich auch nicht. Zombie. Wir spielen doch schwer gell. Ja. Man kriegt richtig viel Hunger. Und auch viel Schaden. Wow. Ups. Oha da hinten ist dieses Biom. Wie heißt? Ähm. Schleimbiom. Da gibt es richtig viel Zuckerrohr. Okay ja. Da hinten ist halt auch Zuckerrohr. Willst du mit hin? Also soll ich Zucker auch? Ja. Weißt du mal ein Splitten? Ja ich weiß nicht. Ja ist halt direkt ein paar Blöcke von mir weg. Ja okay. Ich bleib da unten. Ich hoffe es kommt vorne. Ja. Also ich hab jetzt 16 Loks. Das sind ein Stack. Ja. Holz ist reich denke ich. Boah perfekt wenn wir viele Bücher haben. Das ist echt perfekt. Ich mach mir mal ein Eisenschwert. Ja. Jetzt überleg der Spitzhacke machen aber irgendwie wenn wer kommt bringt mir die Spitzhacke nicht zu füllen. Ja. Boah hier ist so viel Zuckerrohr. Das ist ja abnormal. Das ist schon mal gut für uns. Auf jeden Fall. Ja ich will halt jetzt nicht auf die andere. Oh jetzt hab ich Blöcke platziert. Scheiße. Ich mach mal direkt vorschauen was ist sonst. Also ich denke ich mach mir jetzt auch einen Rückweg. Die Ordnung ist hier. Ich hab eingebratenes Fleisch gegessen und jetzt schon wieder hoch. Ja. Also man kriegt schon gut. Ähm. Balken abgezogen. Ja. Du darfst eigentlich Schneebälle verwenden. Hier ist noch eine Insel. Die ist nicht so hoch. Oh meint. Da können wir uns dann mal, wenn wir das nächste Mal um die, äh hoch gehen. Da können wir hoch. Also zu der Insel. Ja. Ja. Müssen wir auch mal schauen, wie wir das machen. Ähm. Die nächsten Folgen aufzunehmen, weil wir können. Oh. Also ich bin jetzt wieder an der, an der Schlucht. Ja. Ich bin unten. Ich hab noch gar nicht zu viel gemacht. Okay. Oh, 17 gebratenes Fleisch. Wie wohnert es da so wenig Leute stören? Leute? Ja. Der Chat, Alter. Hast du ja alle so viel Chatten noch? Ja, weißt du nicht, oder? Die sind schon bis zur Border gelaufen und haben keinen Stress mehr oder so. Ja. Ja. Ich hab 22 Zuckerrohr. Perfekt, ja. Ich hab nicht erwartet, dass wir es so finden eigentlich, weil... Ja. Bis jetzt läuft es echt gut. Mhm. Bei Fight hab ich sonst eh immer weniger gefunden. Jetzt... Jetzt müssen wir noch Glück mit den Dias haben. Stimmt, ja. Aber die, die Schlucht geht irgendwie voll nicht weit, das ist das Problem. Nicht weit? Nee, mir kommt nicht vor. Oh. Weil wohl eigentlich jetzt schon Ovikram irgendwo, oder? Nee, lass es in der Höhle. Ich glaub... Ja. Ich nehm da mal wieder alles mit. Ja. Ich baue noch ein bisschen Kohle nach. Ja. Ich schau nach die anderen Seiten, bis zum Ende, da bin ich mir ganz sicher, ob ich da schon war. Aber sonst sieht es eigentlich schon aus. Oder? Ähm, ja. Ja. Okay. Das ist dann nicht schlecht. Ah, es ist noch da. Das sind Gegner. Scheiße. Sie haben alles nicht gut. Nein. Oh, oh. Ach, man. Das ist jetzt nicht ernst. Da oben, Achtung. Achtung. Och nein, lass wegbauen. Wegbauen? Ja, keine Ahnung. Ja, passt. Wirf dir nix. Och man, das gibt's jetzt nicht. Ich baue mir Kerzen gerade oben. Die haben halt schon Eisen Equipment. Haben die Eisen Brust da? Ja. Oh, oh. Wir müssen jetzt die Folge überleben, damit wir die nächste... Das wird scheiße gerade. Sind die hinter uns, weißt du was? Mhm. Die sind auch nicht runtergegangen. Doch, doch, die gehen runter. Okay. Okay. Nein. Hey, Schwede. Wie lange es noch geht? Angeblich zwei Minuten. Hoffentlich. Ich glaube, es kann man leften, wenn... Nein, wir werden automatisch gekickt. Alter, ich hoffe, ich brauche noch Eis und dann kann ich mir Eis und Rüstungsteil wenn ich nichts machen. Achtung. Was denn? Hast du dich nach unten gebaut? Ja. Oh ja. Oh ja. Warte, ich muss doch schnell weiter. Ich hab den da direkt an einem Eingang gesehen. Bei meinen? Soll ich mich nach oben bauen? Ich baue mich nach unten. Der geht nach unten. Der geht nach unten zu dir. Na, warum zu mir? Alter, bitte, wenn wir jetzt schnell gekickt. Digga. Ich hab grad mit Eis zugebaut, das kann sogar mal Glick sein unaufsichtlich. Weil man nicht sieht, wo ich bin. Ich hab mich nach oben gebaut jetzt. Okay. Oder ich baue mich grad noch nach oben. Ich hab wenigstens der Eis und Brust an. Ich hoffe, ich hab's anzusehen. Ich trau mich nicht. Ich hab gar nichts. Ah ja, stimmt. Okay, ich bin oben an der Oberfläche. Was soll ich... Du bist ganz oben schon? Ja, ja. Hey, da war's. Ich kann ja jetzt nicht weglaufen, oder wir treffen uns doch mal. Ich hoffe, ich stirbe nicht. Ich würde dich nicht allein lassen. Was soll ich machen? Ich weiß nicht, ich bin grad irgendwo... Alter, ich hab jetzt gar keine Ahnung. Ich bleibe jetzt eingebaut. Ja, okay. Ey, ich will die Folge auch mal überlegen. Ja, die können mich ja nicht finden, wenn ich unter der Erde bin. Und mich mit der Erde eingebaut hab, können die mich ja eigentlich nicht finden. Eigentlich nicht, nein. Ich kann. Nein. Das Problem ist, wenn ich jetzt irgendwas Craftner anfange, dann muss ich einsneaken. Das ist mein großes Problem. Ja, aber das Problem ist halt, dass die dich immer verfolgen können durch den Gang. Du musst auch an die Erde. In Erde. Einbauen. Weil sonst, durch Kobbelzonen können die dich halt fährt. Ja, ich hab auch mal unabsichtlich Eisen platziert. Ja, das ist perfekt. Ja. Aber es ist halt auch auffällig, weil das ist das einzige... Hat die auf Markise oder so, wenn du das sagst? Ja, das Problem ist, ich bin jetzt wieder entsneakt. Wegen... Oh, bau dich nach oben. Ich seh die halt auch nicht. Ich hab keinen Plan, wo sie es dann nicht erst einmal bauen und so. Ja, nice! Aber was, wenn die noch näher sind, würden wir dann nicht... Ja, schauen wir mal. Ich hoff. Drei Sekunden. Nein! Nein! Alles und Kicks waren nur vier. Soll ich weglaufen? Ich weiß nicht, was ich mache. Sorry, ich baue mich jetzt in eine Richtung, aber das ist auch nicht so... Bau dich nach oben. Bau dich nach oben. Echt? Okay. Aber das Problem ist, mein Arne Spitzhack geht schon gleich hin. Ich will halt jetzt nicht mich ausloggen lassen. Ich warte noch kurz auf dich, bis du sagst, dass... Ja, ich baue mir Kerzen gerade weg auf, okay. Ja. Hab ich auch gemacht. Und dann laufen wir auch weg, oder wie? Ja. So weit, bis wir gekickt werden. Okay. Hey, das steht dem Gott kein Plan, wo ich bin. Boah, was ist das? Dass die direkt bei uns? Gibt's? Und dass der schon Full Iron hat? Hm, keine Ahnung. Oder das war der Skin auf jeden Fall. Ja, bin weg. Echt? Ja, die Aufnahmezeit ist aufgebrochen. Ja, ich nicht. Du nicht? Dann lauf auf mich. Ja, ich wurde gekickt. Okay, passt perfekt. Boah. Alter, Nervenkitzel pur. Erste Folge. Boah, ich hatte gerade richtig Angst, als ich die... Eben, hab ich nicht gedacht, dass ihr als erstes gekickt wer? Ja, das ist echt komisch gewesen. Aber du hast dich unterirdisch ganz weit weg gebaut, ja. Wenn euch die erste Runde mit Gamma und mir gefallen hat, gebt Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, fast ihr nichts mehr verpassen wollt. Und schaut euch bei ihm vorbei. Bis zum nächsten Mal. Bye.